Todesursache von Franz Beckenbauer, was bekannt ist Die deutsche fußballegende Franz Beckenbauer ist verstorben. Sein Gesundheitszustand war schon längere Zeit schlecht. Salzburg, die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer. Einer der größten deutschen Fußballer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In den letzten Jahren lebte der Kaiser zurückgezogen mit seiner Familie in Salzburg. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes trat Beckenbauer nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit auf. Über die Todesursache des gebürtigen Münchners war zunächst nichts bekannt. Franz Beckenbauer war auf einen Auge blind Durch sein abgeschiedenes Leben war in den letzten Jahren vor seinem Tod nichts Genaues über den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer bekannt. 2019 sagte er der Bunden, dass er einen Augeninfarkt erlitten habe. Dadurch konnte der Weltmeister von 1974 auf seinem rechten Augen nichts mehr sehen. Außerdem verriet er dem Boulevard-Magazin, dass er mit dem Herzen aufpassen müsse. Denn Beckenbauer musste sich zwei Eingriffen am Herzen unterziehen. Nach einer Routineuntersuchung beim Kardiologen, den er aufsuchte, nachdem er von der Not-OP seines Weggefährten Günter Netzer gehört hatte, war eine Operation auch für den Weltmeister-Trainer von 1990 unumgänglich. Der Arzt sagte zu Beckenbauer, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben habe, wenn er nicht operiert wird, wie die Ikone des FC Bayern in dem Interview von 2019 verriet. Beckenbauer wurde mehrfach am Herzen operiert. Franz Beckenbauer wurde infolgedessen 2016 und 2017 am Herzen operiert. 2018 bekam er zusätzlich eine künstliche Hüfte eingesetzt. Auch der Tod seines Sohnes Stefan im Jahr 2015 und die Korruptionsvorwürfe im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006 machten dem Kaiser zusätzlich zu schaffen. In der Öffentlichkeit tauchte der frühere Libero nur noch ganz selten auf. Sein letzter dokumentierter Stadionbesuch zu einem Bundesligaspiel fand im August 2022 statt. Beckenbauer war zu Gast in Sinsheim bei der Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern. In der kürzlich erschienen Dokumentation der ARD über Franz Beckenbauer betonte sein Bruder Walter bereits, dass der Gesundheitszustand seines berühmten Bruders schlecht ist. Es geht ihm nicht gut. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt spricht über Erkrankung von Franz Beckenbauer. Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ging im Bayern 1-Podcast Blaue Couch etwas tiefer ins Detail. Ich wusste, dass er krank ist. Ich hatte ihn bis vor einem Jahr betreut, aber dann ging es nicht mehr. Ich habe ernste Anzeichen schon vor langer, langer Zeit gesehen. Immer noch in der Hoffnung, dass es nicht schlimm werden wird, erklärte der langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Weiter klärte Müller-Wohlfahrt über die genaue Erkrankung Beckenbauers auf, Parkinson ist es. Da waren die ersten Anzeichen früh erkennbar, aber ich wollte es ja selbst nicht wahrhaben. Mein Franz Beckenbauer darf nicht krank werden. Das ist eine strahlende Persönlichkeit. JSK Wie jemand Wieall Wie 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 Wie